Das Reenactment ist das korrekte Darstellen einer zeitlichen Epoche Und zwar auch dort jeder Epoche Also es muss nicht unbedingt der Zweite Weltkrieg sein Das geht wirklich vom antiken Rom bis hin in die Moderne Es kann der zivile Bereich sein, aber auch der militärische Dort sind einem keine Grenzen gesetzt Das gehört alles mit zum Reenactment So wie das historisch korrekt dargestellt ist Man bemüht sich um eine historisch korrekte Kleidung Um ein historisch korrektes Verhalten Und am besten auch eines historisch korrekten Auftretens Eins meiner Lieblingsgegenstände Die ich zu dieser kleinen Museumsveranstaltung mitgebracht habe Sind die Glasflaschen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs Die wurden nachweislich nur bis 1943 produziert Das heißt, jede Glasflasche, die heute noch existiert Und auch in meinem Museumsbesitz sind Sind über 70 oder 75 bis hin zu 80 Jahre alt Und somit ganz besondere Einzelstücke Die man mittlerweile auch sehr schwer findet Und das heißt, die Leute, 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 die